man kann ja immer gebrauchen ja ich brauche die nach auch für viele wenn ich das alles steuern auch richtig wenn ich sage tank ist voll dann kommt gar nicht erst weiter so kann es kann es kann das eigentlich ja meinetwegen kann es jetzt komplett darüber wie macht er das wenn man macht er macht erst das was du zuerst angeklickt hast und wenn das leer ist dann macht er das nächste davon ne der wechselte map ein der macht immer wenn du drei sachen gleichzeitig angeklickt hast dann macht er 123 123 123 123 und ich mache dann meist auch manchmal eine truhe und dann pipe und eine gold pipe und dann trägt das immer auf weil da kannst du sagen dass du noch mal die gatter die normalen gatter die du musst dann manchmal auch tactic gates machen die wieder reinpumpst ins system weil ich brauche dann diese ender chipset und so weiter die müssen ja wieder zurück ins system dann brauchst du das nicht selber mit hand machen ja zentos verreckt ja gleich gleich hustet der aus allen nähten boah alles auf einmal das brauche ich 16 35 haben angefangen ja und jetzt haben wir 18 uhr und ich wollte das eigentlich ich wollte weiß ich wollte was sage ich wollte bienen und blumen machen was mache ich heute im system fertig wieder ein stück machen ja genau was anderes als man machen will ja aber ich schaff das wäre noch gleich nächste halbe stunde ein bisschen paar bienen noch zum oder bäume anzupflanzen in den blämchen wenn er mir ein paar 1 2 3 6 noch da sollte alles reichen ich wollte noch sprühen heute schaff ich glaube auch nicht mehr dafür wollte ich heute tun brüches wolltest du machen ja sprüches das sieht aus wirklich sprüches so ist das ich muss ja noch etagen tiefer und ja fast warum wir das jetzt ist aber jetzt ist aber gut jetzt hast du es soweit getrieben ich muss einen schluck trinken gerade aber irgendwie mache ich das gerade nicht ja mach doch einfach mal schluck doch einfach mal ja tess ist klar ist alles klar so dann stellen wir mal ein bisschen gold nachher kannst du ja willst du ja meta benutzen ne die cheater hm ne ich mach die tour da könnte ich eigentlich auch mein messerator benutzen ne sinnvoll erstens fertig der vogel hat gegen die tür gehauen naja wir können ja eben kurz nen kap machen können ja danach noch ne stunde machen und so und kommt einfach rein noch besser da muss Benni auch hallo sagen äh warte mal kurz jetzt muss ich schon wieder an weißt du immerhin ist der Leinunterhalter hab ich gar keinen bock drauf das nervt äh unglaublich von dir schämst du dich nicht? so naja ist ja egal Leinunterhalter so wo sind wir abgekratzt da sind wir abgekratzt wie komm ich jetzt hier runter? so Cobblestone pipes da vorne mach mal so und dann ist jut dann ist jut für heut ach komm verreck stein da bin ich wieder nö schön doch nö kannst doch wieder gehen meine Güte ey der Benni ja was soll man dazu noch sagen war schon mal bei Benni Benni der hat nur das Fleisch gemacht wie ich so wir haben das andere noch wieso hast du das andere nicht gemacht haben wir doch nicht ich so doch haben wir alle voll der Held ey voll der Held im Erbbergfeld manchmal na 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 ach ja ihr müsst euch denn noch lieb haben ich war ja extra los und hatte letztens noch geholt und hab ich ihn ja auch getrackt gehabt aber irgendwie ja ich brauch mal Benni aber weil Benni war das ist manchmal so echt zum Karot und dann stellt er mir das Fleisch hier natürlich nur so hin und ich bin ja noch am Aufnehmen toll ist doch nö ach doch ruhig wenn juckt's ich hab's ihm gesagt soll er wieder Backofen tun macht er auch nicht stellt er auf den Backofen oder so nö jetzt ist gut gerl mis runge nöli mach dein Essen selber beim nächsten Mal glaub ich mach ich beim nächsten Mal auch wieder so was machen wir machen wir machen wir zwanzig oder fünfzehn ich könnte eigentlich dreißig Laser machen oder was hältst du davon mach doch na ich weiß es noch nicht eigentlich reichen die sind meine Witzung fragt ihr denn weiß ich nicht was ist die Kabel alles verschwindet bei mir Kabel Pipe ah da Pipe wire was brauchen die denn? Farben Farben lapis lapis kaktus grün Farben 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 brauchen die ok 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 da muss ich Limejuice verwandeln ah das kriegt doch alles hin hier hopp kriegen wir alles hin doch hm hm wenn nicht ich wer dann wenn nicht ich sag mir wo und wann und darauf sag ich nur Piep Gamer lass mal kurz schlafen gehen ach so boah ich brauche nie mehr schlafen das ist das Gute ich bin nicht dein Arsch ja ich geh ja ich geh mit Gokfolie krupp krupp halbe Stunde noch ja in zwei Stunden ich weiß hm ich kann auch rechnen kannst du das wirklich? hm hm lalalalala 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 na wie viel hat er schon hergestellt? ok 1212 pfff was? 512 hat er jeweils hergestellt schon ja mach zum Arzt doch ne 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 für die Laisys brauche ich das nicht ey Arzt doch hm nicht ich bin die Krankheit ne ich hab nicht Angst vor der Krankheit die Krankheit hat Angst vor mich äh von mich? äh oder von mir nein mich halt immer mich ist einfach mich ok du hast so'n Schaden ne ne Schaden ne komm her ne komm her ne ne komm her ne komm her komm doch ich geb dir ich geb dir Faust ich geb dir Eintrittskarte für Kino oh ich geb dir YouTube Money ich geb dir mein YouTube Money du meine YouTube Money 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 so zwei Türen keine YouTube Money alter Schwede dein Ernst was denn? war das jetzt husten oder niesen? oder undefinierbar in dem Fall hab ich grad extra gemacht jetzt sag mir mal wo ich meine ähm kack Iron Pipes hab keine Ahnung ich weiß es grad auch nicht ich hab doch Iron Pipes noch gehabt mach sich egal stell dir mal zwei Stacks her warum nicht? ja hast du ja die Ressource ne? hm ja das Problem ist ich hab noch kein automatisches Rezept für Glas oder Eisen das ist dann ein bisschen nervig jetzt hab ich da jetzt hab ich da ähm da mal 21 Laser stehen 21 übertreibs doch noch ja klar freust du doch ne das war jetzt andersrum mach ich doch immer gerne ähm also mal wie soll das da sein so schon hab ein bisschen Glas hergestellt da muss ich noch Rezepte für machen die mache ich glaube ich aber offscreen das dauert mir sonst zu lange beim farmen ja die muss jetzt quarks noch fahren dachte du willst deine zuschauer mit engern aber nicht dieses komische quarks farme kack curry dazu aufgestellt fand ich auch nicht begeisternd misst du fandst du das nicht begeistert das ist einfach bescheuert die immer aufzustellen items im inventory pumpen jetzt muss ich das juju meta noch da rein pumpen und dann ist dann kann ich automatisch juju meta so den muss ich auf diese wir sind noch wasser und das sagt mich doch richtig die die die童 nicht warum die 12 will stein pipe im pilb apoy dich doch ein geld